Du hast so einen großen Himmel! Geiler Typ, Alter! Wie heißt denn du dich? Ja, Michi. Sag mal, für die Fans, bist du schon Rennmichi? Studierst du hier in Darmstadt? Ja, jetzt Rennmichi. Der Rennmichi? Der Rennmichi. Machst du den Rennmichi? Ja, ich mach jetzt den Crossfit. Ah, cool, korrekt. Ja, finde ich geil. Sport ist immer gut. Und was machst du? Studierst du hier in Darmstadt? Nimmst du das Darmstädter Bildungsangebot in Kauf? Was machst du denn? Abitur, studieren, ausprobieren? Ja, ich hab Abitur schon hinter mir. Und jetzt, was machst du? Jetzt mach ich äh... Schipendium für... Schipendium in äh... In Arizona. Arizona. Academy. Ja? Für äh... Kalki Beschleuniger, oder? Ja, I don't know. I don't know, ja? I don't know. In English, man. Das ist eine geile Sau. Kommst du aus Darmstadt, Digga? Ja, Mann. Wo wunschst du hier Darmstadt? In der Siedlung? Zu Dädenstraße. Dädenstraße. Dädenstraße ist die Hut. Die macht euch doch kaputt. Die, 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 die. Werkt euch das Gesicht hier. 3-3-1. Das ist der Killer hier. Werkt euch das Gesicht hier. Okay. Alles klar, Digga. Viel Spaß mit Lohn und Haltung. Alles klar. Und check's auf. Mein YouTube-Channel kennt ihr ihn schon? TV-Plauze hier. TV-Plauze hier. Sag mal, Olober. TV-Plauze. TV-Plauze. Bester Mann aus Darmstadt. Nee, über Shit. Und Assal mit dem Dubermann. Ja, ja, ja. Ja. Sag mal, warum hast du eine Maske auf? Wenn ich die gelben Anlass, ich saß wie eine Ente. Wie macht die Ente... Moment nochmal. Wie macht die Ente? Wie macht die Ente? Wie macht die Ente? Wer weiß das? Wer weiß wie die Ente mal. Ja, wie oder die Ente. Wie machen die Enttchen im Himmelgarten? Nein. Knack, 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 knack. Und wie macht... Wie macht das Schweinrabbahnengefahrt? Der Schweinverbective. Oink, oink, oink. Alles klar. Alles entlassen. Alles gut, haut rein, macht's gut, Choice. Ich schieße die Fahrplatte. Die Füße. Ja, rein.